Google hat seine KI-Pläne für 2024 vorgestellt. Und das Ziel ist es, die weltweit fortschrittlichste KI zu entwickeln. OpenAI hat neue Models und Updates für die API vorgestellt. OpenAI plant auch Chip-Fabriken zu bauen im Wert von 100 Milliarden Dollar. Apple will in Zukunft, dass ihre KI-Modelle auch auf Smartphones laufen. Google Research hat Lumiere vorgestellt. Das ist ein neues Text-to-Video-Tool und es könnte sogar das Beste sein. Google hat neue KI-Features für Chrome vorgestellt. 11 Labs hat mit Video-Dubbing eine KI-Funktion vorgestellt, mit der man komplette Videos in andere Sprachen übersetzen kann. Diese ganzen KI-News und viele mehr werde ich dir in diesem Video vorstellen. OpenAI hat in einem neuen Blog-Beitrag angekündigt, dass es neue Modelle gibt und auch Updates für die API. Es werden auch die Preise für GPT 3.5 Turbo in der API deutlich reduziert. Zwei Modelle sind einmal das Text-Embedding-Free-Small-Modell und ein größeres Modell namens Text-Embedding-Free-Large. Diese sollen im Vergleich zu den Vorgängermodellen bessere Performances haben, insgesamt günstiger sein und hier sehen wir auch den Benchmark-Vergleich zwischen ADA Version 2 und den beiden neuen Text-Embedding-3-Modellen. Die Preise für GPT 3.5 wurden reduziert und zwar um 50% bei den Input-Tokens und beim Output wurde der Preis um 25% verringert. Auch GPT 4 Turbo wird geupdatet. Und zwar wird es hier in der Zukunft das Ganze mit der Vision-Funktion geben. Das sind auf jeden Fall weitere Updates von OpenAI für verschiedene Models, jedoch sind diese eher für die Entwickler gedacht, die diese Modelle in anderen Anwendungen verwenden wollen. Hier gibt es neue Modelle und die Preise wurden gesenkt. Der GPT-Store ist jetzt schon seit einigen Wochen verfügbar und seitdem kann jeder eigene GPTs bauen und diese im GPT-Store veröffentlichen. Und es gibt bereits jetzt ein GPT, das über eine Million Chats hat. Und zwar heißt dieses GPT-Konsensus, das ist ein AI Research Assistant und mit dem kann man dann halt Research betreiben. Hier zeigt sich, dass auf jeden Fall die GPTs häufig genutzt werden, vor allem eben dieses GPT und ich bin gespannt, welche GPTs da in der Zukunft noch kommen. OpenAI plant Chips-Fabriken aufzubauen und das im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Chips sind momentan sehr gefragt, vor allem weil man diese auch braucht, um neue KI-Modelle zu entwickeln und zu trainieren. Und wenn OpenAI eben eigene Chips erstellt, macht das das Ganze einfacher. Sie sind nicht mehr abhängig von anderen Parteien, sondern können ihre eigenen Chips herstellen. Der Geschäftsführer Sam Oltman ist hier schon in Diskussion mit verschiedenen Firmen, um eben nach Investitionen zu suchen für solche Chip-Fabriken. Daraus kann man lesen, OpenAI hat noch einiges in der Zukunft vor und will deswegen auch eigene Chip-Fabriken bauen. Die US-Handelskommission FTC untersucht die verschiedenen Investitionen von großen Firmen, wie zum Beispiel Microsoft, Amazon und Google, in kleinere KI-Firmen wie OpenAI und Entropic. Die Firmen sollen erklären, was das für Auswirkungen hat, dass sie diese Investitionen tätigen. Es ist nämlich so, Google und Amazon sind massiv investiert in Entropic. Entropic ist ein Konkurrenzunternehmen zu OpenAI. Das entwickelt also auch KI-Modelle und hat auch einen Chatbot namens Cloud veröffentlicht. Und Microsoft ist ja massiv in OpenAI investiert. Und jetzt will die FTC eben wissen, was es da für Auswirkungen gibt in der Zukunft, dass große Tech-Firmen in eher in Anführungszeichen kleine KI-Unternehmen investieren. Meta-Researcher haben ein neues 3D-Modell vorgestellt. Das Ganze heißt Mosaik SDF und man kann damit eben 3D-Formen erstellen, mit Hilfe von generativen Modellen. Das Ganze ist schnell in der Entwicklung, effizient und wie man hier nochmal genau sieht, kann man verschiedene 3D-Modelle mit Hilfe von Texteingaben erstellen. Die Beispiele sehen für mich auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Wir sehen hier immer die Eingabe und darunter das entsprechende 3D-Modell. Und wenn man das jetzt auch mit KI machen kann, und zwar schnell und effizient, zeigt das Ganze auch einen Fortschritt und das kann auch in den verschiedensten Bereichen angewendet werden. Apple hat das Ziel, KI-Modelle in die eigenen Produkte einzubauen und somit auch in iPhones. Das Spannende ist hier, Apple hat seit 2017 21 KI-Startups gekauft. Es ist nicht einfach, KI-Modelle in Smartphones zu integrieren. Da gibt es immer verschiedene Probleme, aber Apple will das in der Zukunft trotzdem schaffen. Das heißt, wir werden in Zukunft bestimmt auch KI-Modelle von Apple sehen, die man dann direkt in den jeweiligen Smartphones nutzen kann. Auch gibt es neue KI-Updates für Apple Podcast. Es soll ein neues Feature geben, mit dem man komplette Transkripte für jeden Podcast erstellen kann. Und dieses Feature soll mit Hilfe von künstlicher Intelligenz umgesetzt werden. Hier sehen wir schon ein Beispiel-Screenshot, wie das aussehen könnte. Wir sehen hier oben ein Podcast und hier unten dann das jeweilige Transkript. Und hier sieht man auch, das ist dann direkt richtig formatiert mit Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung und so weiter. Google Research hat Lumiere vorgestellt. Das ist ein neues Diffusion-Modell, mit dem man KI-Videos generieren kann. Hier gibt es zum Beispiel Text-zu-Video. Also aus einem Text-Prompt wird dann ein komplett neues Video generiert mit KI. Und hier sehen wir schon verschiedene Beispiele. Wenn wir auf das Bild gehen, sehen wir den Prompt unten. Und ich muss auf den ersten Blick sagen, das sieht wirklich ziemlich gut aus. Auch im Vergleich zu den bisherigen Text-zu-Video-Models wie Runway oder Pika. Natürlich sieht man, wenn man genau hinschaut noch, dass die Videos KI generiert sind. Aber vor allem hier oben rechts die beiden Tiere sehen für mich sehr, sehr gut aus. Und man muss bedenken, das wurde nur anhand eines Text-Prompts erstellt. Da wurde kein Bildbeispiel vorgegeben oder ähnliches. Und wie ich öfters schon gesagt habe in anderen Videos, die Entwicklung ist erst am Anfang. Und in ein paar Monaten sieht das Ganze schon wieder viel besser aus. Es wird auch Image-zu-Video geben. Hier ist es so, dass ein Bild eingefügt wird und daraus wird dann ein Video generiert. Hier sieht man zum Beispiel das Bild, das am Anfang eingefügt wurde. Und daraus wurde dann so ein Video gemacht. Und das funktioniert analog mit diesen anderen Beispielen hier auch. Und auch hier muss ich sagen, die Ergebnisse sehen wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Es gibt noch weitere Features hier. Zum Beispiel Video Stylization. Hier wird jeweils ein Video eingefügt und das wird dann in die verschiedensten Stile umgewandelt. Wir sehen hier links immer die Original-Videos. Und dann wird das Ganze in verschiedene Stile umgewandelt, wie Origami, Lego und so weiter. Und auch hier sieht das ziemlich gut aus, wie ich finde. Dieses Modell ermöglicht es auch, nur bestimmte Bereiche in Bildern in Videos zu verwandeln. Wir haben hier zum Beispiel einen Schmetterling gegeben. Und wenn man nur diesen hier markiert im Bild, bewegt sich dann im Video auch nur der Schmetterling und der Hintergrund bleibt gleich. Und das kann auch einen ziemlich großen Unterschied produzieren und coole Ergebnisse kreieren, wie man hier sieht. Das heißt, wenn man nur einen Teilbereich des Bildes markiert, wird auch nur das zu einem Video gemacht. Es gibt noch weitere Modelle und zwar Video in Painting. Hier kann man zum Beispiel Videos einfügen, die nicht komplett sind. Und die KI generiert dann eben dieses Video in einem kompletten Format, wo dann diese Lücke, sage ich mal, ausgefüllt wird. Und auch hier sind die Beispiele wirklich sehr realistisch. Wenn man nur das Output-Video sieht, würde man hier nicht erkennen, dass ein Teil davon mit KI generiert wurde. Man kann auch, wenn man verschiedene Dinge im Bild markiert, diese ändern. Zum Beispiel kann man bei einer Frau die Kleidung markieren und dann werden hier verschiedene Kleidungsstücke mit KI generiert. Und auch hier sieht das Ganze ziemlich realistisch aus. Das Ganze funktioniert auch bei Tieren mit Kopfbedeckung oder Schals. Und bei diesem Küken hier unten funktioniert das auch. Und ich muss sagen, dieses neue Google Research Modell mit den verschiedenen Features sieht für mich ziemlich vielversprechend aus. Hier gibt es viele neue Modelle und ich finde, alle von denen können mit den momentanen Marktführern mithalten. Und hier können wir nur gespannt sein, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Das KI-Unternehmen HuggingFace und Google haben eine Partnerschaft angekündigt. Hier soll offene KI gefördert werden. Das heißt, auch Open-Source-Modelle sollen mit dieser Partnerschaft gefördert werden. Hier sieht man, Google geht weitere Partnerschaften im KI-Bereich ein. Und hier können in der Zukunft auch spannende Möglichkeiten entstehen. Google Chrome hat auch drei neue generative KI-Features bekommen. Und zwar kann man einmal mithilfe von KI seine Tabs organisieren. Das heißt, man kann hier bestimmte Gruppen erstellen und da verschiedene Tabs einfügen. Und dann wird das hier oben als ein Tab gespeichert. Wenn man bei mir mal die Tabs anschaut, das könnte ich auch mal nutzen. Man kann auch neue Hintergründe mit KI generieren. Und zwar gibt man hier einfach ein Prompt ein und die Farben und schon werden hier verschiedene Hintergründe mit KI generiert. Und die kann man auswählen und dann für Google nutzen. Es gibt auch KI-gestützte Help-Me-Write-Funktionen im Internet. Das heißt, man kann Texte im Internet jetzt mithilfe von KI schreiben. Also Google Chrome Nutzer werden in der Zukunft neue KI-Features zur Verfügung haben. Auch in die Google Ads-Funktionen sollen KI-Features integriert werden. Und das soll von Gemini unterstützt werden. Das heißt, das KI-Modell Gemini soll jetzt in den Google Ads verfügbar sein. Hier kann man dann eben seine Ads verbessern und mithilfe von einem KI-Assistenten verschiedene Sachen machen, wodurch man dann intelligenter und besser seine Ads kreieren kann. Und noch ein Update von Google, es wird KI-Selfies geben. Das heißt, man kann von sich selber ein Bild machen und dann kann man sich in verschiedene Settings befördern, sage ich mal. Zum Beispiel macht man hier eben ein Bild von sich selbst und dann kann man hier verschiedene Kategorien wählen und dann wird das Bild in diese Kategorie übertragen. Und ich meine, wir haben diese Woche wirklich sehr viele Updates von Google bekommen zu KI. KI wird in verschiedene Bereiche integriert, aber das ist noch nicht alles. Google soll nämlich in 2024 die fortschrittlichste KI entwickeln. KI soll in verschiedene Produkte eingebaut werden, sodass Google am Ball bleibt bei der KI-Entwicklung und nicht zurückfällt gegen Microsoft und OpenAI. Zu den neuen Modellen soll auch Gemini Ultra vorgestellt werden, was der besten Version von ChatGPT, GPT-4 Konkurrenz machen soll. Bisher ist das aber noch nicht veröffentlicht und man kann noch nicht sicher sagen, ob das wirklich besser ist als GPT-4. Google hat große Pläne für 2024 und ich denke, wir können uns freuen auf viele KI-Features und wie gesagt, diese Woche haben wir auch schon viele Updates gesehen. Es wird eine Partnerschaft zwischen verschiedenen KI-Unternehmen und der US-Regierung geben für ein AI-Research-Programm. Das hat die National Science Foundation am Mittwoch angekündigt. Das Programm zählt darauf ab, Forschern und Pädagogen den Zugang zu KI-Modellen zu ermöglichen. Und so soll eben die USA an der Spitze im KI-Bereich bleiben. Dabei sind die Firmen Amazon, Entropic, Hugging Face, IBM, Intel, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI und Palantir unter anderem. Also quasi alle wichtigen KI-Unternehmen sind hier dabei und es zeigt sich, dass die USA in Zukunft vorhat, ihren Spitzenplatz bei der KI-Forschung und bei den KI-Firmen beizubehalten. Auch Paypal will KI-basierte Produkte rausbringen. 2024 soll ein sogenanntes Übergangsjahr für Paypal werden in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und das soll die Firma auch wieder voranbringen, weil eben im letzten Jahr die Aktie um 22% gefallen ist. Der Geschäftsführer sieht künstliche Intelligenz als große Chance. Unter anderem soll es die Funktion des One-Click-Checkouts geben und auch ein KI-basiertes Tool namens Smart Receipts. Und wie man hier in dem Artikel sieht, auch Paypal will immer mehr KI in die Produkte einbauen, um so konkurrenzfähig zu bleiben. Der bevorstehende AI-Act könnte große Auswirkungen auf Organisationen in der EU haben. Es gab nämlich einen Leak des AI-Acts, welcher übrigens 892 Seiten lang sein soll und der AI-Act soll am 2. Februar verabschiedet werden. Und hier warnen Experten eben, dass sich Unternehmen schon direkt auf diesen AI-Act einstellen und damit planen sollen. Unternehmen sollen laut einer Empfehlung sogar AI-Compliance-Taskforce einrichten, um einen Fahrplan für die Vorschriften zu entwickeln. Es gibt bereits jetzt schon Kritik am AI-Act, zum Beispiel auch vom Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron. Und zwar sagt er Auch ich sehe das Ganze eher zwiegespalten. Diese Regulierungen, die dann kommen, dürfen auf jeden Fall nicht zu streng sein, weil sonst KI-Fortschritte und Entwicklungen hier in Europa gar nicht mehr stattfinden können. Und ich denke, das würde auf jeden Fall keiner wollen. Laut einer neuen Studie wird KI nicht so viele Jobs klauen, wie man momentan erwartet. Andere Studien haben bisher geschätzt, dass 25% des gesamten Arbeitsmarktes automatisiert werden könnte in den nächsten Jahren oder dass bis 2055 die Hälfte der Arbeit KI-basiert geschehen wird. In einer neuen Studie jetzt haben MIT-Researcher das Ganze untersucht und hier wurde das Fazit gezogen, dass nicht so viele Jobs in der Zukunft durch KI komplett ersetzt werden. Und das liegt daran, weil in verschiedenen Branchen es wirtschaftlich nicht attraktiv ist, das Ganze zu automatisieren. Das heißt, die Kosten für die Automatisierung wären im Vergleich zur normalen Arbeit zu hoch, zumindest momentan noch. Hier zeigt sich eben, dass es immer verschiedene Ansichten gibt. Einige sagen, KI wird sehr viele Jobs ersetzen in der Zukunft und diese Studie sagt, dass das noch nicht so schnell der Fall sein wird. Ich denke, das kann man noch nicht wirklich vorhersagen. Aber KI kann auf jeden Fall in verschiedenen Unternehmen für mehr Produktivität angewendet werden. 11 Labs hat ein neues Feature namens Dubbing Studio angekündigt. Und damit kann man ganze Videos übersetzen in andere Sprachen. Hier gibt es eine End-to-End-Video-Übersetzung in 29 Sprachen. Hier sieht man das ganze Feature in 11 Labs. Und zwar kann man hier einmal Dateien einfügen. Das kann eine Videodatei sein. Das können Links zu YouTube-Videos, TikToks, Twitter und so weiter sein. Und dann kann man das Ganze einfach von einer Source-Language, also die ersten Sprache, in eine andere Sprache übersetzen. Das ist auf jeden Fall wieder ein neues, cooles Update. Und das könnte auch die Content-Creation in der Zukunft verändern. Zum Beispiel könnte ich dann meine Videos in anderen Sprachen veröffentlichen. Und wenn man das noch weiterdenkt, können dann meine Lippenbewegungen angepasst werden für neue Videos. Und meine Stimme wird geklont. Also das klingt dann auch wie meine Stimme. Und dann kann ich meine Videos in komplett anderen Sprachen veröffentlichen und eine noch größere Zielgruppe erreichen. Und das könnte in vielen Bereichen wirklich sehr viel verändern. Elon Musk hat angekündigt, dass es neue Updates für den Chatbot Grog geben wird. Das soll im nächsten Monat rauskommen. Und es soll große Updates für die neue Version Grog 1.5 geben. Laut einem Bericht wird der Stromverbrauch von Rechenzentren in der Zukunft stark ansteigen. Und das eben angetrieben durch KI und Krypto-Mining. Im Jahr 2022 waren KI und Krypto-Mining für 2% des globalen Stromverbrauchs verantwortlich. Und das hat etwa 460 Terawattstunden entsprochen. Für 2026 wird vorhergesagt, dass es einen Anstieg auf 1050 Terawattstunden geben könnte. Das wäre dann also überdoppelt so viel wie im Jahr 2022. Und das wäre zum Beispiel auch der Energieverbrauch etwa von Deutschland. Hier sehen wir zum Beispiel nochmal eine Grafik dazu. Wir sehen hier den Stromverbrauch bisher in Terawattstunden und das auf die nächsten Jahre gerechnet. Mit einem Base Case, einem High Case und einem Low Case. Und hier sieht man, der Stromverbrauch wird auf jeden Fall ansteigen. Und wenn dieser High Case hier eben eintritt, dann wird KI und Krypto-Mining etwa so viel Energie verbrauchen wie Deutschland. Stability AI hat ein neues Model vorgestellt namens Stable LM2 mit 1,6 Milliarden Parametern. Das ist also eher ein kleines Language Model und funktioniert in Sprachen wie Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Niederländisch. Weil das Modell eben so eine kompakte Größe hat, sind die Hardware-Barrieren nicht so groß und man kann es auch auf kleinen Geräten anwenden. Hier sehen wir nochmal verschiedene Modelle im Vergleich mit den jeweiligen Größen und den Benchmark-Tests. Das Modell schneidet auf jeden Fall ganz gut ab im Vergleich zu ähnlichen Modellen. Und es kommen jetzt auch immer mehr kleine KI-Modelle raus, welche dann zwar nicht so leistungsfähig sind wie die großen, aber dafür eben effizienter. Es gibt ein neues KI-Modell namens Act Anywhere und damit kann man für Videos die Hintergründe ändern. Zum Beispiel sieht man hier erstmal nur eine Frau, die läuft. Dann wird ein Bild des Hintergrunds eingefügt und daraus wird dann ein komplettes Video gemacht, in dem die Frau durch das Wasser läuft. Und das sieht wirklich auch wieder ziemlich realistisch aus, muss ich sagen. Hier sehen wir noch weitere Beispiele, einmal eine Ente, die zuerst im Wasser schwimmt, dann hat man eben dieses Wasser entfernt und dann wurde diese Ente hier generiert bei einem kleinen Lagerfeuer. Hier sehen wir nochmal weitere Beispiele. Man kann Personen oder Dinge aus anderen Videos entfernen und das Ganze dann in neue Settings einbinden. Das hat auf jeden Fall auch viele Use Cases für die Zukunft und sieht für mich auch auf den ersten Blick ziemlich beeindruckend aus. Das war es soweit zu den KI-News von dieser Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.